Ja. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tech Town. Tech Town. Tech Town. Yeah. So, wir waren heute dabei die unsere neue Stromquelle zu erkunden. Das ist doch, oh ne das passt sogar von der Breite. Ob das passt. Ich will aber auch zwei hintereinander machen. Na gut ich guck erstmal wie viel Platz das überhaupt braucht. Wo hast du denn hier die Pumpen? Da sind die Pumpen. So. So. Zack. Acht Redstone Engines. Zack. Wie sieht denn? Zack. Zack. Oh. Wie denn? Was denn? Wie sehen denn überhaupt Nether Diamanten aus? Ja wie normale Diamanten nur rot halt. Die gibt's gar nicht. Klar. 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 Weißt du das nicht gefunden? Ne. Ich hab was im In-Game-Wiki-Wiki nach der Publikation. Ach so. Ja. Ach so. Äh brauchen wir hier mal. Brauchen Mining Turtles ist eigentlich in dieser Version Kohle? Ja doch brauchen sie. Was? Ja. Vielleicht jetzt schon? Natürlich. Und wenn du die, äh was willst du machen? Ach so du willst einfach nur Obsidian fahren ne? Ja. Ja okay dann. Weil sonst hätt ich dir noch das Strip-Mining-Programm gegeben. Oh cool. Das muss ich dann auf ein paar Turtles auch noch mal drauf machen. Die nehmen aber nur äh Kohle. Oder auch Lava-Zellen geht auch. Ja hab ich nicht. Dann nehm ich Kohle von Phipps oder so. Soll ich dir ein paar mitbringen? Phipps hast du Holz im Moment. Nee. Ich nehm nur kein Holz mit in den Näht her. Was ist das für ne Logik? Naja weil ich welche. Oh Gott da sind drei Wizard-Skills. Also nimm aber bitte nicht den ganzen Stack. Ich hab glaube ich nur noch einen Stack und einen. Und. Ja ja. Dann komm schon. Geh down. Oh scheiße mein Ding ist down. Okay. Oh ich bin gewissert. Was? Ja. Bist du tot? Nee nee. Ach so. Geht schon. Dann ist ja nicht so schlimm. Dann ist ja nicht so schlimm. Das geht ja. So raus hier. Ich brauch Holz. Muss man die Näht? Ich hab auch echt gar nicht. Was ist das eigentlich für ne Stick? Was ist das für ne Logik? Muss man die Näht herkohle auch in den Ofen tun damit sie zur Kohle wird? Äh. In den Maserator. Ja ja. In den Maserator. Da kriegst du viel raus. Genau. So sieht das aus. Okay. So ist das. So. Gut. Bad picket noch. Und wieder in den Etat. Und dann können sich die. Oh jetzt habe ich 64 Lever gemacht. Na ist ja schlau. Ha. Okay. Wir brauchen keine Lever mehr in den nächsten zwei, drei Jahren. So. Dann können die Redstone Engines schonmal warm laufen. Und die Dinger können schonmal. Ach. Die sind da jetzt schon. Nein. Oh. Du hast ein Dinges getötet. Ich bin grad dabei. Gole Scheiße. So. Die fahren runter. Genau. Dann muss ich jetzt. Wie viele Diamanten haben wir denn noch? Äh. Weiß ich gar nicht. Wenn nicht. Kann ich mir selber welche machen. Hier liegt ja überall genug Gold rum. Hä? Wie? Ich denke das EMC geht nicht mehr. Ja. Mit dem Minimstone kann man schon noch zum Beispiel Eisen zu Enderaugen machen. Oder zu Gold. Oder Gold zu Diamanten. Ah. Das geht schon. Also. Ist ja. Equivalent Exchange ist ja hier schon drauf. Aber. Ich glaube Equivalent Exchange. Drei. Und nicht mehr zwei. So. Phipps. Hast du deine Diamanten gelagert? Weiß ich gerade gar nicht. In einer der Kisten eigentlich. Na gut. Warte mal. Ich gucke mal. Hast du mir den Mining Laser wieder zurückgelegt? Äh. Ja. Nein. Wo bist du? Irgendwo in der Mine. Ah. Ich hab übrigens das Obsidian gefunden. Äh. In deiner Mine unten. Oder? Ja. Irgendwo lang. Kann ich dir jetzt nicht mehr erklären. Hm. Da muss ich mal gucken. Ob ich dich schon mal sehe. Also die Nano Rüstung hält ja sehr viel aus. Sag ich jetzt mal. Ja. Ja. Aber da gibt es halt bald schon bessere. Ja. Ich weiß. Diese Quanten. Ja. Und äh. Ne. Power Suit. Und den Power Suit werde ich mir auch bald zulegen. Ich sehe dich nicht man. Ich brauche eigentlich mein Dingens. Ich weiß. Ich kann dir selbst nicht sagen. Ich werde mich gleich äh. Hochschießen mit dem Mining Laser. Oh. Ja. Nachher fackelt ja auch in einer von unseren Haus. Häuser nach. Das wird es sein. Was hast du hier hingebaut? Ach die Pumpen. Ja. Ja. Die Pumpen. Die laufen jetzt schon mal warm. Oh. Jetzt sind ja auch noch diese scheiß Blazes. Mann. Ja. Beschießt mich noch mehr mit deinen scheiß Flammen Wichsen. Lol. Aber ich kann mir einfach einen Goldstick von dir nehmen. Nein. Kannst du nicht. Ich hab doch eh bald wieder welche. Leg ich dir dann. Leg ich dir dann zurück. Hä? Ich hab doch Diamanten. Erinnerst du dich man? Natürlich. Nein. Ich hab doch nicht eben 14 Diamanten verbraten. Hast du? Ohne Scheiß. Da sind keine mehr. Hast du geguckt ob ich die aus Versehen in äh. Ich mach doch schon neue. Dingens in den. Ja. Ich hab die nämlich in den Electric Fernands aus Versehen. Wie schlau. Ja. Das ist einfach Phipps-like. Wir brauchen Diamond Gears. Dann brauchen wir erstmal zwei Wooden Gears. Die müssen wir mit Stone Gears upgraden. Die müssen wir mit Iron Gears upgraden. Die müssen wir mit Gold Gears upgraden. Und dann brauchen wir mit Gold. Jetzt brauch ich doch noch Gold. Verdammt. Ach da ist mein Mining Laser. Ich hab mein Mining Laser. Ich bin glücklich. So. So. Low Fokus. Das ist richtig. Du hättest einfach jetzt auch den Modus verändern können. Ja. Keine Ahnung. So. Da ist Gold. Ich seh Gold. Und. Also meine Solar Panel bringt schon so viel, dass ich zwei Rotate Remeserator und einen Electric Fernands. Aber das ist schon mal gut. Und ich hab so viel Scheiße gehabt für Solarzoli. Warum hast du mir nicht gesagt, dass da so viel rauskommt? Ja. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch. Ich hab ein, zwei, drei, vier und die gleich fünf Stacks. Und das war es noch nicht. Tja. Ich brauch mehr Gold. Da unten ist eine Lohe. Die muss ich nachher... Also. Na ja. Also ich könnte es mit Face Transport Pipes machen oder mit Endertanks. Ist eigentlich egal. Ich glaube ich mache es mit Face Transport Pipes. Das ist einfach stylischer. Und raus hier. Ich brauch hier mit Lapis Lazuli. Ich hab neun Stacks. Du kannst mir aus meinem Bedpack ein Ladpack machen, wenn du willst. Nein. 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 Einfach nein. Typisch Fips. Ah, liegt ja auch noch gold drin. Wie macht man denn nochmal einen Rotary Remeserator? Scheiße. Ich brauch noch einen. Ähm. Ähm. I don't know. Da. Meserator. Advanced. So. Und aus den Gold Gears kann man Diamond Gears machen. Machine Lock. So. Faced Transport Pipe. Einfach Glas in die Mitte. Okay. Was siehst du? Ich mach die Faced Transport Pipes. Ich mein Rind. Ich hab mir ein Diamantzahnrad gemacht. Ja. Übertreibt doch nicht. Von meinen Diamanten. Du auch? Ja. Ja. Ich mach mir grad eine Assembly Table. Achso. Das brauchst du für Crafty Verstärkte und so. Das funktioniert. Tatsache. 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 Alter die Skilette hier. Geh mal ein bisschen auf den Sack. Und die Creeper erst. So. Was macht ihr eigentlich gerade? Also fübst du? Ich verarbeite meine ... Nähteorger dazu. Ah. Normalem Ohr. Deine ... Näh. Nein. Nein, verstehe. Ich weiß. Ey, diese scheiß Gelände hier. Die gehen mir so auf den Piss. Die Rüstung ist auch fast leer Ich helfe den, das könnte, oder, naja, ich mach lieber noch ein bisschen mehr. Ist so scheiß gefährlich bei der Nacht hier? Nein, man, oh Gott. Die fassen mich hier alle an, das ist irgendwie, das gefällt mir nicht. Besonders die Zombies. Okay. Phils? Ja? Wie wärs, wenn wir dann irgendwann mal das Öl aus der Wüste holen? Das was? Das Öl. Achso, das Öl, ja, können wir machen. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Denke ich nämlich auch. Obwohl ich noch nicht genau weiß, was wir damit machen, aber es wird schon was Einfach. Ist einfach. Style und Escape. Wofür braucht man nochmal Lead in God? Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Kannst du ja mal suchen. Und dann kannst du mit Rechtsklick sehen, was du daraus herstellen kannst. Block of Lead. Ähm, Angular saw. Wie? Wie powert man einen Laser an? Wie, einen Laser? Äh, Laser? Ja, da brauch ich für den Assembly Table, um die Chipsets zu machen. Komm mal am besten mal her. Ja, warte gleich. Ich muss kurz, äh, die Transportpipes und die ganze Scheiße hier machen. Ah, es sind ja nicht genau so viele, wie ich brauche. Geile Scheiße. Okay. Phase waterproof pipe. So. Und jetzt? Ne, warte, ich glaube ich weiß das sogar schon. Okay. Gibt's keine Electric Engines oder so? Ne, nicht mehr. Ja. Hilfs, hattest du noch eine Rackzone-Engine zur Verfügung für mich? Ne, hab ich alle Trail Peggy gehalten. Ja, ich hab die auch schon alle verbaut. Amneter. Ja. So, 64 dürften erstmal reichen. Dann für die Anschlussstücke die. Na guck, ach so, ich bin ja falsch gelaufen. Damn it. Neter. Magma Cube. Die droppen aber nix. Hm. Guck mal, die noch runter schubsen. Nervt mich. Scheiße, Mann. Scheiße. Oh, mein Jackpack ist leer. Nicht jetzt, ey. Alter, die zerstören, die zerstören mir die ganze Scheiße hier. Die zerstören mir die ganze Apparatur. Apparatur. Flamte Hacke. Kack's in die Endertress, den kann ich den Jackpack aufladen. Nein, ich bin ja schon zurück gegangen. Ich bin ja schon wieder da. Mach die eigentlich alle in meinem Keller, Mann. Ich bin doch gar nicht da. Ich brauche, äh... Hebel. Wo hattest du die? Äh, hier. Ganzen Halbstack haben. Hehehe. Jupp. Oh. Und ich muss eben mein Jackpack aufladen. So. Ja, wir bekommen auch gleich wieder Strom, wenn das so weitergeht. So. So, wo sind die scheiß Gast, Mann? Mach mich platt. Ey, genau über uns, ne? Ist so mies. Ja, jetzt hat er schon mal ab, Mann. So. Weck mich. Erstmal löschen. Dann bauen wir hier mal ein Dach drüber, besser ist. Oh. Kein Cobblestone mehr? Kein Cobblestone mehr. Scheiß. Hey, wieso? Achso. Die müssen natürlich waterproof sein. Ah. Okay, wir bekommen schon mal Lava. Musste man da nicht irgendwie so einen komischen Behälter aufbauen? Ne, ne. Musste nicht unbedingt. So. Send only. Frequency 10. Frequency 10. Und dann laufen die. Die müssen sich aber auch noch ein bisschen aufheizen, damit das effizienter wird. Und raus. So, jetzt, ähm. Ähm. Äh. 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 Möchtest du mal jetzt einen Plan machen, wo wir unsere, ja, jetzt unsere Hauptenergiezelle hinstellen? Äh. In der Mitte irgendwo zwischen uns. Ja. Äh. Äh. Das werden dann die Geothermal-Generatoren, oder? Richtig. Okay. Okay. So, ich kann schon mal. Ähm. Sagen wir mal, hier kommen die beiden Lava-Dinger raus. Ah, scheiße, jetzt habe ich keinen Kaktus mehr. Hast du noch Kaktus-Phips? Nee. Scheiße. Dann muss ich nochmal zurück. Hatte ich noch nie. Ja, das werden wir jetzt auch etwas brauchen. Ist echt so. Kannst du in eine Plantage züchten? Nee, werde ich müssen. Plantage züchten. Na, dann mal los. Na, jetzt erst mal nur noch. Warte mal. Dann machen wir das Super-Heat. So. Zack. Und. Was tust du? Keine Ahnung. Och, extrem viele Diamanten. Nein, du kriegst nicht meine Diamanten. Wie viel brauchst du denn? 20, 30 Stück, keine Ahnung. Ziemlich verarschend. Aber erst mal muss ich wissen, wie diese blöden Laser da funktionieren. Wofür denn, Alter? Das ist doch verarschend. Ja, okay, guck mal. Warte, ich sag dir eben den Namen. Moment. Wenn's nicht legen würde, würde ich's machen. Äh. Und zwar. Glasses. Logistica und D-Glasses. Dann guck dir am Würst, die Dinger brauchen. Wofür brauchst du die? Hehe, ich will die haben. Wieso kann ich denn das nicht changen? Was bringen die denn? Warte kurz. Muss ich einmal kurz... Logistica und D-Glasses. Du kannst nicht die Pipestate ändern. Das ist, ähm... Achso, okay. Das ist... Das ist... Ja, wie nennt man? Das ist so ein zweiter... So... Da kannst du zum Beispiel, wenn du ne Truhe anguckst, kriegst du so ne Grafik aufploppend, äh... was du sagst, was da drin ist und so. Arrasch mich doch nicht. Das ist so richtig geil. Wo denn? Sag mal. Logistica und D-Glasses. Ach, die Logistik. Ja, mit der Logistik, da wollte ich jetzt auch noch... Also, das war das nächste, was ich bauen wollte. Die... Mein ganzes System da unten. Das Lagersystem. Aber da brauch ich auch noch. Muss ich auch noch ein bisschen gucken. Das Ding ist, ich hab keine Ahnung, wie man diese blöden Laser hier anpowert. Auf der Wiki-Seite, da hab ich eben nachgeguckt, da steht, ähm... Mit, äh... Mega oder Minecraft Jewels, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich das hier an meinen Stromkreisloch... Ach, MJ? Ja, 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 da brauchst du nen Energy Link. Oder halt Engines. Äh, da bin ich... Ja, gibt's beides nicht. Da bin ich auch dabei. Braucht die... Äh, brauchen die, äh... Glare-Sister Energie oder so, oder? Das weiß ich nicht. Würde ich dann sehen. Kann ich, äh... Äh... Auch, äh... Diamanten. Ein... Ein Diamanten. Um so ne Energy Bridge oder so zu machen. Ja, die Energy Bridge die baue ich da unten. Das wird diese, so... Die Haupt-Energy Bridge. Da könnt ihr dann... Da kann man dann auch überall von was abnehmen, weil die genug produzieren wird. Weil das ne HV wird. Äh, soll ich dann... Mein, äh... Mein Laser und meine Assembly Table und so da anschließen? Oder... Krieg ich hier ne Leitung hoch? Mach... Ich, äh... Ich guck mal wie da... Wie ich's da mache. Okay. Hab ich denn noch... Eisen... Hier... Also wenig. Dann... Und... Dann... Kann... Ist im Ne... Bleibt der Neta geladen. Ich hab ja hier schon. Womit produzierst du eigentlich jetzt deinen Strom? Äh... Momentan produziere ich gar keinen. Ähm... Der ist noch von... Ticket Classic. Als ich die... Als ich den Atomgenerator noch hatte. Achso. So, Neta. Na komm. Na komm. Na komm. Äh... Wird das dann zur, äh... So... Zu Buildcraft Energie oder wie? Das wird zu... Das wird zu EU. Einfach, äh... Was du in der MFSU speichern kannst. Äh... Aber das ist doch auch in Kupfer... Isolierten Kupferkabeln, oder? Jaja, genau. Ja, aber das hab ich ja oben. Und da... Kriegt er aber keine Verbindung der Laser. Das weiß ich, äh... Da muss... Ich muss da eine Energy Bridge bauen. Eine Energy Link. Und... Da kann ich das Ding dann anschließen? Da kann ich das Ding dann anschließen. Da kommt auch die Query dann dran. So kommt Lava an. Ah, okay. Oh, die Lava kommt an. Wie geil. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Lava aus dem Neta. Ja, aber das bedeutet doch, dass wir extrem viele Glasfaserkabel brauchen, oder? So. Jaja. Ja, deswegen... Ich muss dann auch... Äh... Da... Ist dann auch... Ja. Dings. Ja. Okay, hier kommt genug Lava an. Dann müssen wir jetzt einen Turm bauen. Und... Ja, ich aus was... Können wir den aus Basalt machen? Das wäre ganz gut, oder? Äh... Ja, klar. Ich muss was holen. Ich muss noch 32 haben. Basalt? Ja, hol mal was. Ich muss jetzt... Was muss ich denn jetzt machen? Ich müsste eigentlich die Geothermalgenerator bauen. Und die Cellgenerator... Na gut. Sollen wir mal gucken, was ich mit den Rohstoffen, die ich jetzt noch habe hinbekommen habe. Ja, sei doch ruhig, Mann. Moment. Einmal... Stumm. So. Nee... Nee, da, Copper Ore. Nee, da, Ruby Ore. Nee, da, Coal. Und da, Tin. Iron. Okay, da kommt ja gut Red Song raus. was soll ich denn jetzt hier für ein turm bauen ja so ich weiß nicht am besten rund oder so da müssen halt an das ding müssen noch die geothermal generatoren dran und glasfaserkabel runter also so weiß ich nicht so muss ich mal gleich mal gucken wie wie groß wir den machen müssen also kann ich das hier so an den ecken praktisch einmal so hoch und dann da in den zwischenräumen dann die geothermal generatoren oder wie ja ich guck gleich ich hab da so ein plan aber auch noch nicht so wirklich okay so copper cable du hast gesagt du hast auch noch dings ähm äh copper cable oder dings ich hab gesagt basalt sollte ich noch welche haben nein ich meine na zum isolieren wie heißt das jetzt rubber genau ja habe ich das ist muss du in der goldkiste gucken was ist das generator und ein bisschen iron dust ist alles so wenig das reicht eigentlich gar nicht ich bin noch mal nähter und hole noch mal ein bisschen eisen ja ich bin auch grad dran oh mir fällt gerade an die folge die überziehen schon überwärts wieder äh gut dann beim nächsten mal dann sollen wir dann eisen und hoffentlich machen wir dann die scheiße endlich mal fertig in diesem sinne könnt ihr euch ein ab oder lasst es bleiben bis zum nächsten mal tschüss tschüss bis zum nächsten mal tschüss